Es gibt noch zwei Minuten Freistay. Und dann kommt der Herr der Startmaschine ins Gespräch. Helfung Pechel. Helfung Pechel. Whmmm. Ja, ich glaube, ja, 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 ja. Bexie! 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 Machcur Alte Karten, alte Karte. Für morgen ist nichts, weil wir überragen. Ja, das war es auch für die Stadt, Fred. Ja, das war es auch für heute. Das war es auch für heute. Das war es auch für heute. Das war es auch für heute.